Hallo, Gregor Küni hier. Wusstet ihr das über Fett? Fett ist ein modernes Modethema. Ich wette, die Steinzeitmenschen haben darüber nicht nachgedacht. Ich wette, sie haben es einfach gegessen. Und das war's. Sie haben es verbrannt. Und falls einer von denen eine dicke Wampe entwickelt, so hat ihn, der nächste Mammut, erwischt, ist er gestorben. Das hat sich alles von alleine erledigt. Und wie ist das heute mit der dicken Wampe? Im nachfolgenden Blog habe ich Ihnen verschiedene Sachen zu dem Thema beschrieben. Ich wünsche euch viel Spass beim Lesen. Ich wünsche euch viel Spass beim Lesen. Ich wünsche euch viel Spass beim Scheren.